hallo und herzlich willkommen zurück zu lego fort nein so die dinger sind jetzt fertig jetzt kann ich der endlich wo baue ich das denn hin hier drin vielleicht ist da noch platz irgendwo in der ecke drunter was fehlten seine tafeln habe ich die nicht rausgenommen aus der sonne habe ich nicht dann kann ich das nicht rausnehmen das ist mir was raus kann ach die zwei knochen was mich natürlich meine richtung auf sowas nicht das malwerk hat er nicht das malwerk bauen ich wollte doch das ding da sand dünger planke bin ich ja richtig beruhigt ich wollte das mal aus den kisten raus ok habe ich jetzt kann ich endlich hier bauen und zwar jena kommt hier drunter geht nicht hier ist aber noch platz hier ist noch platz super doch so ein vor und post behälter kann benutzt werden ok dann wenn die auch kompost machen wir fahren wieder nach hause das war hier lang dann hier und dann glaube ich mal ja doch hier liegen sachen die aufgesammelt hat genial das auto gibt nicht so leicht um genial kannst nur noch mal wiederholen es ist genial so aber als nächstes wollte ich gucken auch doch diesen zappler den muss ich auch noch irgendwie machen bin schon wieder im falschen haus wie sieht das inventar aus aber jetzt habe ich die dinger mit na ja 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 kommt mal hier hin schwierig was tun sprach zeus wie 0 noch 24 das kann ja mal hier bleiben hier ist voll 1 2 3 4 5 energiezellen kann ich bauen und ich brauche energiezellen warte mal das ding glas wolfer na so zappler der infrarot zappler ich den vielleicht aus versehen schon mal geangelt infrarot zappler violetter infrarot zappler da ist er ok prima dann kann ich mir das ding jetzt mal austesten da auf fünf super und die zappler ja die hatte ich na gut ich brauche dann halt fünf grün um zu grün zappler ja ok wird auswegen ist nicht man an infrarot zappler ich hätte das gerne mal getestet na gut was ist denn jetzt schon wieder los hallo nicht in der wohnung er wird nicht gezankt in der wohnung mann 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 die angel ist auch fast kaputt so wie kommen wir jetzt am schnellsten was ich noch nicht getestet habe ist hier eine schaufel drin ja habe ich noch nicht getestet habe war doch man hier am strand wo ist denn das strand hallo strand hier war doch mal ein strand hier da kriegt man ja so wie es aussieht kriegt man hier keinen sand ne aber wir können es ja trotzdem testen noch schön alles testen das sieht man mehr nach erde aus ja erde wusste es ok jetzt habe ich den knochen aufgenommen macht ja nix kann hierin zack so erde erde braucht man nun wirklich nicht zu sammeln und dünger auch nicht also man kriegt ja da so viel raus so leide ich weiß euch noch mal was ins feuer könnt ihr grillen ihr könnt die kacke grillen ja da bin ich aber freude überfragt was mache ich denn heute noch dunkel bin ich dunkeln schon gefahren nee bin noch nie im dunkeln gefahren aber ich wollte energiezellen bauen glas und biomasse 6 glas und ansonsten immer 50 biomasse 1 2 3 4 5 30 glas glas müsste hier sein 30 glas ok und 5 da mal bauen nein da wie lange dauert das hier noch dauert noch ein bisschen ich habe auch erst zehn hiervon ok so dann da kommt alle rein alle ins bett alle schlafen so ok ganz zwei drei vier die anderen kommen in den Kofferraum haben wir gelernt man muss die Biste nur kaputt schlagen damit es besser geht so wenn ich aber an Strand will dann ist es entweder hier lang oder ist hier auch Strand hier ist auch Strand ne ok dann fahre ich doch da lang da oben ist kein Strand ne sieht nicht danach aus Tropical Beach weil wenn es hier nicht so warm ist könnte ich da hinfahren da ja kommst du mit warte so das wäre erstmal in Richtung normales Biom eigentlich muss ich Richtung Süden fahren ne ich muss noch Südwesten fahren Südwesten also doch da lang ja moin bleib mal hier auf dem grünen weg wohnt warte 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 will ich nicht gehen fahren so okay wir gucken noch mal die richtung ist okay fluss vorbei warte mal warte mal so da links vorbei und fahr mal rechts vorbei wenn es geht wasser plumpsen haben wir pech gehabt geht aber eigentlich was ist das denn hier warte mal die dinge habe ich ja noch nie gesehen ist das ein anglersteak ist ein anglersteak cool ist das denn was ist hier so drin verbarren wer hat hier geschossen nicht gegen mein auto so nicht noch andere feine sachen ja so kann man anglersteak natürlich auch kaputt machen warte mal wenn ich hier planken rauskriegt das war doch früher nicht so komme ich denn vielleicht war mal hinten war doch ein haus irgendwo da und da eine kiste drin ist also keine waldenwesen kiste sondern 100 dicke kiste ja was soll denn die kiste da oben wie soll denn da einer rankommen weg weg naja schade hätte ja sein können war blanken blanken kann man gebrauchen das ding ist einfach umgekippt oder wie sie das sie aus ja ist es wohl okay gut nein südwesten hätte ja mein auto nutzen können aber habe ich nicht gemacht habe ich nicht gemacht da steht hat so ist das hier so grüner spot testen wir auch doch nur so ein zappler auch schon so kann natürlich die angel auch kaputt gehen ein versuch noch okay hat nicht funktioniert so und jetzt richtung süden wie soll ich denn bitte hier jetzt essen da hinten ist noch mal so ein haus immer schön in richtung bleiben genau das wollte ich nicht wo ist denn das haus hier drüber fahren ja geht da ist das haus kiste das ist eine waldenwesen kiste da habe ich im eisbiom sind die besseren kisten ja die sind alle irgendwie nix kannst du knicken ok wie weit ist es noch direkt hinter mir hinter mir warte mal wer in die richtung das muss in die richtung sein der wills aber wissen richtung norden ähnlich wirklich ich denn hier jetzt schlag denn doch kaputt die richtung muss ich richtung westen ok da war ich mit sicherheit nicht drin ich wurde mir her mein eigenes grab ja wie komme ich nur wie komme ich denn hier runter nicht umfallen aber ich wusste es mist ja haut mir noch alles kaputt das ist nicht gut ich nehme die mal schnell raus wie das kaputt geht kiste ich habe zu viel krams mit das ist nicht gut kann ich einen luftballon bauen das war nämlich eine idee baupläne ne spielsachen luftballon was brauche ich denn fackel seidenstoff habe ich natürlich nicht mit jetzt bleibt das auto halt so stehen ich kriege ja wahrscheinlich keinen motor mehr gebaut da ist halt was mist so jetzt habe ich ein problem eigentlich raus ich habe zu viel scheiße mit jetzt kannst du den kaputt schlagen alles klar okay dann nicht fliegt raus ich nehme auf jeden fall meine sachen hier mit komme ich da ran knochenwurzel momentar voll hochmann hier ist doch noch eine energie zelle irgendwo da sind sogar noch zwei was kann raus das kann raus das kann raus und energiezelle energiezelle nein energiezelle was habe ich ihnen jetzt wieder aufgenommen und zwei drei vier fünf energiezellen plus vier was waren hier sind wir dahin wo ist die energiezelle denn da die weg ich muss meine energiezelle aufnehmen zauber ab was denn jetzt schon wieder los man aus damit raus damit energiezelle sehr gut so habe ich jetzt alle ich hatte fünf gebaut und vier war mit dem auto drin war ich habe 1 so 1 2 3 4 5 1 2 3 4 das sollte es gewesen sein das kann auch raus das sollte es wirklich gewesen sein da habe ich die räder noch weg nehmt noch ein wurzel mit der stab geht nicht hier dann frisst das halt auch forst kieferstäbe ja vom motor kriecher die sachen nie wieder warte mal dreh dich um ich halte es ja nicht aus was doofe ist ich gehe ja kein rad mehr ran ne ne ist jetzt egal ich gehe hier runter und versuch es mit angeln unten sind ein paar spots wie ich gerade sehe und sogar noch ein lilanack das wäre beinahe in die hose gegangen uiuiui ja du hast mir noch gefehlt ab ins wasser mit dir wasser explodiert er nämlich direkt das wusste ich was ist hier angeschlagen nie kann ich hier nicht mitnehmen die zwei panzer vielleicht rauswerfen ja der ist seltener der da unten ist seltener mit ich kann ja die fische nicht aufsammeln boah eh blanken 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 neun blanken okay neun blanken ja das ist halt das ding ab du fliegst noch raus ähm da ist ja nicht mehr viel drin kann raus okay mal kurz angeln mal gucken ob es nachts diesen komischen zappler gibt äh was ist das für einer violetta infrarot zappler okay gut die kann ich ja brauchen brauche ich ja fünf stück von weg damit brauche ich nicht die brauche ich halt nicht ja genau ich den doch genommen ja schlürfqualle ähm moment wollte ich das machen nein wollte ich nicht wollte mir eine kiste bauen ähm ähm kiste meine truhe ähm ja wohin die besten hier vorne irgendwo da okay fisch fisch Der Sandpanzer, die Blanken, Frostkieferstäbe. Na komm, Frostkiefer habe ich hier oben genug. Bleibt jetzt mal so. Okay. Nee, nee. Was ist denn das? Energiezelle. Wieso liegt hier eine Energiezelle rum? Hä? Ach, das war die. Wie? Alles klar, gut. Was ist das? Ein gelber Schlürfisch. Auch ein epischer Schlürfisch. Obwohl. Man weiß nicht, ob das die Richtigen sind, ne? Nee, das ist er auch nicht. Blau. Also grün, grün. Äh, man, 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 grün. Äh, still auf Koale brauche ich nicht. Du Fisch brauche ich nicht. So, ich werde jetzt hier mal angeln. Wenn ich was fange, melde ich mich wieder. Wenn nicht, geht's morgen weiter. Dann danke ich mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Bis morgen. Gehabt euch gut und tschüss. Leute, ich hab ihn. Ich hab ihn. Da. Fange den legendären, orangenen Zappler. Okay, ich hab ihn. Gut, dann bis morgen. Tschüss. 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 Vielen Dank.